Neue Hoffnung auf Aufklärung im Fall Mehdi. Nach einem weiteren Aufruf in der Sendung Aktenzeichen XY sind seit Anfang Juni mehr als 800 Zeugenhinweise beim BKA eingegangen. Einige Hinweise seien weiterführend, so das Bundeskriminalamt. Ein 43 Jahre alter Deutscher, der wegen anderer Delikte inhaftiert ist, steht im Verdacht, die dreijährige Britin 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal entführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen den Mann wegen des Mordverdachts. Auf seine Spur kamen sie bereits durch einen Hinweis nach einer ZDF-Sendung im Oktober 2013. Derweil kritisierte der Anwalt des Verdächtigen Christian B. die ermittelnde Staatsanwaltschaft Braunschweig nach der Sendung scharf. Man habe sich auf den Mandanten eingeschossen und versuche nun, die Beweisnot zu beheben. Die Beweisnot zu beheben.